. 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 Servus Klubfans und herzlich willkommen zum neuen Stadionvlog heute vom Spiel Klub gegen Hertha, BSC Berlin. Heute ist es aber ein bisschen anders, weil ich krieg heute keinen Profi vor die Linse, sondern ich muss das Ganze hier heute alleine machen. Ich hoffe, das Ganze wird aber trotzdem dann nicht uninteressanter, weil ich euch natürlich trotzdem ein paar Einblicke hinter den Kulissen zeigen will. Schauen wir mal, wo ich überall rein darf und ja, das seht ihr jetzt da. So, da ich heute keinen Profi am Start habe, gehe ich jetzt mal vor das Stadion und suche mal ein paar Fans raus und frage die mal, was ihr Tipp ist für das Spiel und welche Musik sie sich wünschen. Mal schauen, wie viel ich vor die Linse bekomme. Jürgen, Alex, was ist euer Tipp für das Spiel? 3-1 für den Klub. 2-1. 3-0. 3-1 für Nürnberg. Boah, ich sag's für ein 2-2, heute unentschieden sei ich. Ich sag 2-1 für Nürnberg. 3-1. Ich hoffe auf ein 2-1. Wer macht die Tore? Ja, wir. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir gewinnen. Ja, wurscht. Goller und Usun. Schleimer macht 2. Ich hoffe, dass Usun zweimal trifft. Usun, Kastrop und Schleimer. Doppelpack Usun und 1 Kastrop. Welche Musik wünscht ihr euch denn für die erste Halbzeit, weil ich schneide dann die Highlights zusammen? Ganz normal Pop, würde ich sagen. Pop? Kleine Classic, ja. Welche Musik wünscht ihr euch? Habt ihr euch da schon geeinigt? Macht hoch. Ja, so wie ich dich kenne, ist es bestimmt irgendwie was 80er-Rock-mäßiges. Ja, genau. Also 80er-Rock, das kriegen wir hin. So, die Jungs machen sich jetzt warm, haben wir noch so 20 Minuten bis zum Anpfiff. Wow. Die Jungs sind jetzt mit auf und mit fertig und jetzt schaue ich mal, wie die gleich reinlaufen. In 15 Minuten geht's hier raus! Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH